Hier spielt das Maus. Fatal, ne? Ja, okay. Aber es ist meistens besser, als wir alle zusammen sein. Ja, weil er nichts anderes als Amuru spielt. Ja, Amuru ist ein Tag. Und Amuru ist auch irgendwie voll geil. Ich hab den auch voll lange gespielt. Aber ich hab gemerkt, ich bin für Supporter geboren. Warum hab ich einen Supporter in der Hand? Ich will ja mal wen anders spielen, nur ich krieg den Account ja nicht. Und auch für wen kaufe ich Ruthen? Für... Für Wladimir, ja. Dämlich irgendwie, aber... Vor allem weil ich den überhaupt nicht mehr kann. Die Nachbarn haben ja Musik, Alter. Das ist richtig nervig. Oh, ich hab's kurzzeitig hingekriegt. Ja, die haben jedes Mal Schlager. Guck mal, mitten in der Woche. Und andere Leute noch arbeiten müssen, teilweise. Ich zum Beispiel? Ja, oh, ich zum Beispiel. Wow, I'm Garen! Ne, ich muss erst... Wenn ich wieder Ferien vorbei sind, muss ich wieder arbeiten. Cool, ne? Boah, wenn diese Dinger kommen... Ne, ich arbeite nicht, der gehe in die Ecke und heule. Okay. Ja, Nachhilfe ist auch Arbeit. Mhm. Vor allem wenn man Latein-Nachhilfe gibt, ja. Mhm. Boah, du ekelige Schwuchtelhauer. Ja, also ich sitz da da so und übersetze mit dem. Hast du mal kurz Mana? Ja, ich hab... Scheiße, reingelaufen. Ja, warte. Ich will dir hier einen Maschkuhl ansetzen, falls wir dir gank werden. Michi, versprich mir was. Möchtest du mich heiraten? Nein! Nein, soweit kommt was. Wir haben erstmal nur einen Kanal gemacht, wir wollten nur zusammenziehen, aber... Michi, du sollst zu meinem Mann werden. Ich werde dir als Frau... Michi? Ich werde dir als Frau... Ja, was ist? Achso. Schnell dieses Video bitte hoch. Fuck. Ah, danke. Ne, nicht ja danke, sag einfach ja, du machst es. Ja. Ja, ich mach es. Okay. Ja, du machst es. Ja, mit meinem Mann. Doch, was soll ich lassen, Wolfgang? Oh Scheiße, stimmt, ich bin ja mit Wolfgang verheiratet oder so. Ja, Wolfgang ist abgeholt worden, der hätte erstmal ein paar Sterne runterfallen. So, jetzt ist gut rumgeschruchtet. Ich hab Chaco. Mein Gott. Der will unseren Turm ficken, was denn da los? Das heißt, wenn zuviel Testosteron in einem Konferenzgespräch ist. Ja, wie oft soll ich mich denn noch healen? Ich hab dich auch noch healt, ja. Wie oft soll ich mich denn noch healen? Merkt klar, was mal falsch ist? Du sollst andere healen, nicht dich. Ja, nicht wenn ich angeholt werde. Ich darf nicht. Ich darf doch auch andere healen. Das geht doch ins Prinzip. Achja, bitte schreibt uns, ob ihr unser Intro gut findet oder schlecht. Das ist cool, ja. Ich find's gut. Da gibt's keinen Kommentar. Weil wer findet das Lied denn gut? Weil... Ich? Ja, ich find's auch gut. Nur weil einer aber kein Wett macht, wäre der das Lied sicherlich nicht. Es ist doch in Ordnung. Es ist doch nicht wirklich Hip-Hop. Es ist doch... Mein Gott. Es kommt aus einem Spiel und dann dachte ich mir, yeah, aus dem Spiel. Yeah. Yeah. Ja. 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 Ich hab... Ja. Ja. Ach ja... Ja... Das ist ja, so. Einfach die Videos da reinpacken und dann kippen alle... Ich weiss jetzt wer das kommt, das kommt von Lidl Mitten Ich habe nur gesagt, das wäre von hier Staco könnte hochkommen Ja ist er Das ist bei Lidl Mitten, der diese komische Autorin da so ist Die dann irgendwie immer so voll viel flüstern durchgedeckt So spielen natürlich aber schwierig Garen kommt in die Mitte Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja Aber ja, aber noch, aber oh, wo ist denn das da? Wer Lidl Mitten mag, bitte kommentieren Echt? Sondern einen Daumen hoch oder so Boah, dieses Video wird so zugestampft, Leute Ja, ich höre schon Wen? Nein, hat der Glück Ich... Hat mit... Nein, das setzt ja voraus, dass wir überhaupt von irgendjemand angeguckt werden, aber... Wäre eh nicht Ja eben Ey, ich habe eine Idee Wir kommentieren uns einfach selber, dann fühlt sich das an, als hätten wir zuvor, wenn wir kommentieren würden Und ich kann nur mal kommentieren, stimmt, ich habe ja noch einen anderen Kammer Äh, sie sind irgendwie alle tot oder was macht ihr eigentlich? Oh, ich wollte ja noch das andere, ich wollte das ja nochmal konvertieren, stimmt, ja Ich wollte ja nicht mit FLV umwandeln Ey, jetzt hat jeder einen gekillt, ist ja geil Ey, hier ist nirgendwo mehr von den Gegner einer auf der Karte, also das könnte gefährlich werden für alle, ne? Machen wir schon wieder Ja, oben ist einer Mit Level 1 machen sie Drachen und Drachen Wenn Danna ist tot Wenn Danna ist, dann ist da nicht nur einer, dann sind da gleich 100 Danna ist tot Ey, ey, ich bin bei dir, na? Komm jetzt Mumu, bei dir Ja, Leute, bitte einen Kommentar, wenn das funktioniert Mit Level 1 und Drachen Ich soll nach unten kommen? Oder nein, schreibt einen Kommentar, wann denn der Drachen kommt, das ist viel wichtiger Ich klau dir eben den Bach Der Drache, da meine ich den, äh, normalen Ich, nicht den Ultradrachen, na Ich hab keinen Mahn, also schlimm Ich bin den Ultradrachen Okay Nr, das war mal nicht mit Level 1, nicht mal den hier wohl nicht hin, ne? Ja, ich hab den Ultradrachen mit Level 1 gewandelt Ich will nicht träumen Ach so, ich weiß nicht, was alles träumen Ich hab nicht mit, 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 mit Lux Ulti, die du auf Level 1 schon hattest Hä, was willst du machen? Ich ver... ach so, du bist am Pilze verteidigend, verstehe ich das auch Was willst du machen, Alter? auch so mit der Schleuchte auch ab und mittel Altdorien nur weil ich gerade auch die Karte überfühlt ist das so hoch dieser Schakow der will gekillt werden ja mach mal Sitz Köln der Gruppe auf Läder 4 Klappau und die habe ich ja die Lothar eingehen lassen eingehen Ich hab da auch die Lux drauf Ich hab da auch die Lux Scheiße, ich hab keine Mana mehr, das war jetzt verpeilt Ich hab auch keine Mana Okay, jetzt geh ich das erste Mal einkaufen So, ich hab jetzt Lux gekillt und jetzt noch den... Boah, dieser Typ, er regt mich so auf, das gibt's überhaupt nicht Jetzt noch den Gervain Boah, bitte lass die Quali einigermaßen gut sein Also, sie ist nicht so toll, weil ich mich mag Aber, wenn's verpixelt, ist es doof Also, wenn ich mich bewege und es verpixelt, wär's doof Oder ich pack's jetzt mit 238 MB hoch Boah, ich hab grad nicht so viel Zeit Guck mal, hab ich den Waschrums, die es noch nicht gemacht wird Nein, du wirst stören Hast du eigentlich schon alle TUD-Parts in die Playlist gefuckt, die du wolltest? Ja Nee, überhaupt nicht, aber... Ja, warte, sonst pack ich dir mal ein paar Reihen, die du da noch nicht drin hast 3 plus 4, Akt 2 hast du drin, okay 3 plus 4, Akt 2 Okay, dann fehlt der hier da drin Oh, hier sehen wir so ein Tako, das ist ungesund Was ist so ungesund? Das... Heller Also, es passiert ungesund Da bin ich ja gerade gestorben Langsam hab ich keinen Mana mehr, du hast recht Ich hab jetzt selbst die Playlist geprockt Nur für euch gestorben Nur für eure Unterstützung Du bist ja zu freundlich da Ja Ich geh mal kurz zu So, Gegner Das sind eigentlich keine Mana-Mopeds, soweit ich das weiß Ähm, diese eine Scheiß-Attacke von Garen Ähm, was ist das? Ist das Magie oder ist das Hit hier? Das ist einfach Magie Ey, warum ist das Magie? Die Ulti, die Ulti meinst du doch, oder? Ja, wo der so rumwirbelt Ja, das kannst du sowieso nicht stoppen Ja, aber ich meine nur, ob das Magie oder ähm Ich will das nicht stoppen Ich will das eventuell abfallen lassen Das ist noch aller Schaden Äh, 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 Mann Ich will erstmal noch so einen Feuer umhangen Das ist glaub ich besser Oh, was dachte der nicht Ähm, Wolfgang, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du alleine rumläust Oh Gott Geht, wenn er vorsteht Also eine Lähen-Pushen ist kein Problem Ja, Lähen-Pushen, aber wenn ein Typ ankommt und sagt, hey, hallo, ich wollte aber auch mal vorbeischauen Dann sagt er, hallo, und wie geht's so? Hallo, mir geht's gut Ja, mir geht's gut, genau Dann sagt es nur, oh, das kommt gut Ja, ich weiß ja nicht, eigentlich sollten wir uns jetzt feinen Dann sagt er, oh, ich stehe ja schon ab Irgendwo hier ist Janna Oder Janna, ist mir egal Also Garen killt jetzt auf jeden Fall unten im Turm eventuell Boah, ich versuche gespielt lustig zu sein, oh mein Gott Das bin ich Eigentlich bin ich voll ernst immer Ja Ja Der Erste, der immer abgeht bei so Videos, mit dem ich Von wegen Lähen läuft alles kacke Deswegen mach ich auch nicht mehr mit Ich hab grad... Kannst du vergessen, kannst du das? Seid ihr grad abgewitten, nicht das so aushalten, würdet ihr gewinnen Das könnte sein, muss sein Also die 7 Kills sind 10 zu 6, aber... Wow, ich werde verfolgt von einem Meister Jee Ja, das ist auch da Was? Auch da, ich hiel dich schon Ja, aber das ist ein scheiß Turm Was mach ich schon? Wir sind gut Und ich hab noch die Uldi Ja, den Turm kann ich leider nicht entnehmen So im Beispiel Drauf da, drauf da, hab ich gesagt, da ist aber ein Turm Und dann so, ja egal, hiel dich Ja, gegen Turm kann ich dich nicht entnehmen, tut mir leid Also es könnte sein, dass die jetzt gleich alle rumkommen Ach, die kommt so raus So läuft das bei uns, das ist Tiefverständigung Aaaaaaah Das ist behindert Aaaaaaah Nein, das ist behindert Okay Das ist behindert Wow Moment mal Wundersalbe Der macht nicht wirklich Juga Ja, na, na Ja, na Ja, na Sag danke Ich tu so, als würde ich Liga of Legends machen Ich hab jetzt Schaden reingehast Ja, guck mal Hm? Ich hab dir deinen Arsch gerettet Mal wieder Ja, das war Du hast das gesehen Jaco hat grad ne Pupo gesetzt ins den Tod Als er sie gesetzt hat Ich tu jetzt so, als wär ich mit dabei Wer, wer, wer spielt am besten von euch da? Ich Nein, nein, nicht von euch, sondern von eurem Team Also Ist die Lux gut? Timo ist gut Ja, die hat 4-0 Ja, okay, ich bin die Lux Ja, Leute, komm mal mit Ah, Garen Ja, komm, egal, Garen, brauche ich da Mach die Lux grad was mit Garen Ja, die Lux hat grad den Garen gehauen Ja, cool Soll ich nach oben kommen oder versuchen den Turm zu killen? Markus, komm mal schnell hier den Turm und so, wenn du da fertig bist Welchen? Ja, wo ich dran bin Ich weiß nicht, ob ich das heut noch schaffen mit dem Hofmann, okay Boah, weil hier kommt so komisch, ich kann mich gleich hier und da will mich killen und hab ich voll behindert Ich kann mir auch so viel zu labern, weil ich mich grad nicht so konzentriert muss auf was zu tun Nein, jetzt hab ich hier noch noch viel Boah Ich hab dir deinen Arsch gerettet schon wieder mal Und ich bin den nächsten Mal Ich könnte jetzt voll lustig sein, einfach mal die Konferenz aufbrechen lassen Das war aber voll assig Markus, also entweder bleiben wir jetzt in der Mitte oder wir gehen hoch Garen geht grad mit dem Turm killen Garen kommt grad Mitte Ja, das ist ne scheißegal, hat der für den Ja Sollte die Konferenzaktion zufällig abbrechen, die musst du allein unterhalter machen Wenn du, solltest du wieder reingehen, also die Konferenz da neu aufmachen, dann solltest du nicht vergessen, der Peps neu zu starten Die Janna kommt auch hier nach unten, lass ihn mal abfangen Okay Ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe, ohne die Konferenz zu holen Das war's Das war's Das war's Das war's